So, ich weiß nicht, was mich hier erwartet und ich weiß auch nicht, wie viel mich hier erwartet. Auf alle Fälle, ja, wenn man am Zaun lang, bis der Zaun aufhört oder das Loch kommt. Das scheint so eine Art Ferienlager mit vereinzelten Bungalows gewesen zu sein. Eine weite Reise liegt hinter mir und ich hoffe, es lohnt sich. Das sieht auch aber ziemlich ramponiert hier aus. Aber ich habe ja noch Fotos bekommen, wo ein großes Haus drin ist, wo ein Waschraum drin ist, wo noch ein paar Geräte drin stehen, wo noch Doppelstockbetten stehen. Ihr habt es ja gesehen, Bungalows, da passt ja kein Doppelstockbett rein. Das kann es nicht gewesen sein. Und ich gehe jetzt hier auf dem Riesengelände umher und versuche, das Objekt ausfindig zu machen. So, ich habe es gefunden, Freunde. Da geht es rein. Fenster auf. Hau. Nicht euer Ernst. Aber das ist auch nicht euer Ernst. Das ist doch der pure Osten. Wie das auch hier noch so gemacht ist. Die Decke so fein säuberlich zusammengelegt. Hier die Unterdecke vom Bett. Das Kopfkissen. Und kein Vandalismus, ihr Lieben. Und ein Riesengelände. Und ein Riesengelände. Und ein Riesengelände. so morgen und herzlich willkommen zu einem neuen film auf unserem kanal heute wieder leider ohne philipp wir befinden uns auf einem ehemaligen ferienlager ftgb heim ich kann gar nicht ganz genau sagen was es ist wir sind ziemlich dicht an der straße ich würde sagen wir beeilen uns damit wir reinkommen obwohl reinkommen ihr werdet gleich sehen wie immer heißt es kommt einfach mal mit so ich weiß nicht was mich hier erwartet und ich weiß auch nicht wie viel mich hier erwartet auf alle fälle immer am zaun lang bis der zaun aufhört oder das loch kommt das einzige was hier noch aktiv ist was heißt denn aktiv heile auch nicht mehr das tor der zaun ist weg und ich sehe schon die ersten gebäude das scheint so eine art ferienlager mit vereinzelten bungalows gewesen zu sein eine weite reise liegt hinter mir und ich hoffe es lohnt sich das sieht doch schon ziemlich ramponiert aus ach so da fällt mir eine taschenlampe habe ich die habe ich natürlich habe ich die mit sollte dass sie wirklich alles sein also ich habe bilder gesehen na wir gucken mal vielleicht erwartet uns uns ja noch ein großes gebäude aber das ist ja okay gut wir gehen jeden bungalows ab reinkommen dürfte nicht die schwierigkeit sein aber hier ist ja wirklich nicht mehr viel oder täuscht das jetzt alles bin ich jetzt total verkehrt hier wenn nicht muss ich mal nachschauen ich habe nämlich ein paar bilder bekommen hier ist osthalgie das ist noch ein schönes ddr sofa und eine ddr anbauwand alter schwede ja ansonsten freunde ich habe noch irgendwo oder bin ich denn schon so verwirrt doppelstock betten gesehen mit richtig schönen ddr matratzen noch oder bin ich hier nur neben gelassen und es gibt noch ein hauptgebäude naja gut wir gehen die bungalows erstmal ab und das gesamte gelände das sieht auch aber ziemlich ramponiert hier aus vor allem habe ich ein foto gesehen mit einem großen gebäude noch wo das dach auch schon ein bisschen eingestürzt ist das ist aber auch hier runter gekommen das doch mal schick oder nicht schön ddr sessel noch ddr sofa nva wieso steht hier nva dran bin ich hier vielleicht total verkehrt freunde hier war die küche alter schweige doch es ist noch vereinzelt was zu sehen guck mal das sieht ja aus hier aber der vorhang ist noch da hier sind auch die alten matratzen nicht auf den bilden gesehen habe das ist doch ein utensil vom strandkorb ich hatte jahrelang mit strandkörbe zu tun das erkenne ich doch sofort so wie der flecken auf der matratze jetzt könnte ich wieder sagen was ist hier passiert freunde wer hat hier gelegen oder ist sie verstorben niemand das ist einfach nur feuchtigkeit gut aber ich bin gespannt was in dem vorhang ist lass mich raten nichts möbelkombinat nord 285 ostmark halt der schweige so ein einfacher schrank das ist ja ein einzelner schrank hier nur guckt mal das ist ja nicht der doppel schrank hier aber da ist auch nichts mehr drin sondern ein so ein schrank 285 mark so teuer waren früher die möbel das ja doll schöne bilder wenn man sich mal überlegt hier haben früher sich menschen erholt und urlaub gemacht nur ein haken ist noch dran für die jacke und für die schlüssel sind noch zwei haken dann passt doch autoschlüssel und wohnungsschlüssel obwohl das wisst ihr abschließen heftig sieht das hier aus heftig 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 alle schwede komme ich hier durch nebenan scheint wieder bewogen zu sein hier steht ein schuppen sind das hier sind wirklich nur drei bungalows jetzt mal ganz ehrlich ich bin gespannt ich bin gespannt hier waren wir schon drin vier bungalows wenn dann da kommt man mit aber so dicht die bungalows nebeneinander so ziemlich klein sind auch hamburger buchten so aber es ist kein wellaspest das ist plastik das deutet daraufhin ok wie klein die zimmer waren wo ist denn jeder eingang eigentlich wieso ist hier eine plane vor wo bin ich überhaupt so viele fragen auf einmal ich würde sagen ein bisschen in die jahre gekommen ja komm wir gehen mal rein die farbe falls man es nicht erkennt das ist lila so soll ich wieder die frage stellen hallo ist hier jemand aber das ist doch schon bestimmt seit der wende verlassen oder guckt euch das mal an hier hat man sich mal wohl gefühlt ist es noch eine couch übrigens da kann ich mir gar nicht vorstellen das alles so beengt und klein und das war die küche das war die küche hier war die toilette oder was meint ihr ja ich würde eher sagen hier war die toilette wie ist es denn hier in waschbecken wir öffnen die türe zum schlafzimmer wo ich mein wenn hier ist wenn das diese kinderferienlager war oder irgendwie sowas aber nur noch vier bungalows und die matratzen hier mit diesem keil kennt ihr das auch noch dieses keilkissen matratze oder wie ich das nennen darf das lag noch einmal extra auf der matratze darauf beim kopfteil ja in alte röhren fehlen sie noch also nicht mehr ganz in zuständigkeit ein schönes bild wenn der wind hier so rein weht wein rät kentucky fried chicken oder was ist das hier so dann bin ich aber bächtig möse aber bächtig möse schön ich bin leben ne aber das bild hat was schöne panoramablick ja in den wald hinein das wird früher sicherlich nicht so dicht bewachsen gewesen sein ich mein logisch ne aber wirklich nur vier dinge wie komme ich jetzt hier lang hier am besten taschenlampe kannst ausmachen jäger du bist draußen strom sparen wir sollen noch alle strom sparen aber bei den farben haben sich ja was gedacht war blau es war ein junges zimmer und das sieht cool aus moment ach jetzt muss ich erst mal was weg machen kleinen umblick das möchte ich nicht unbedingt zeigen die plakate damit wollen wir nichts zu tun haben deswegen drehe ich die mal um und dann tun wir so als wären wir noch gar nicht reingekommen wären so guckt mal hier ist noch schön ddr also das ist auch ein bild mit der stehlampe ne das fetzt da muss ich nicht mal fotografieren und der sessel so daneben das cool das war's ich weiß nicht wenn die gardinen dazu die noch ein kleiner nachtisch hewige hier auf den städten in der gut schwindengewebe entstehen schnell und wieder gleiche aufteilung eine kleine küche aber sehr klein hier ist ja gerade mal so reingepasst aber mit fenster und ja hier sind eine kleine waschgelegenheit und hier ist der schlafraum sicherlich gewesen wie hat das flair weiß auch nicht habe zwar ist gemeckert aber aber es macht der kühlschrank im schlafzimmer nach ddr aber auch hier kein graffiti und so ne das wundert mich und die scheiben nicht eingeschlagen ich würde sagen ja natur gewalt aber hier hat man sich das mal schön gemacht nachträglich ok so wir gucken jetzt mal ob das wirklich alles war oder ob noch was kommt weil das gelände ist riesig so ihr lieben ich muss mal kurz aufs handy gucken und mal die bilder vergleichen ach ne 5 bungalows ich habe euch angelogen 1 2 3 4 5 und ja bis gleich so Freunde ihr könnt mal sehen das scheint es gewesen zu sein entweder haben sie hier was abgerissen da hinten äh ne wo sind wir orientieren da sind die bungalows genau ich weiß nicht ob man das ein bisschen sieht auf dem kleinen bildschirm kann ich gar nichts erkennen aber ich habe ja noch Fotos bekommen wo ein großes Haus drin ist wo ein Waschraum drin ist wo noch ein paar Geräte drin stehen wo noch Doppelstockbetten stehen ihr habt es ja gesehen die bungalows da passt ja kein Doppelstockbett rein das kann es nicht gewesen sein und ich irre jetzt hier auf dem riesen Gelände umher und versuche das Objekt ausfindig zu machen aber es kann ja auch hier nirgendwo gestanden haben weil die Bäume die sind ja mindestens 50, 60 Jahre alt oder so und ja keine Ahnung ein bisschen verwirrt ist der Bengel heute ja ich suche weiter für euch ich suche weiter für mich natürlich auch ich will es ja auch sehen so ich habe es gefunden Freunde ich war auf einem ganz falschen Ende ja also das Haus erkenne ich jetzt wieder und mal gucken schauen wir mal schauen wir mal aber ich habe es gefunden so ich werde jetzt mal Kamera und Mikrofon wegmachen damit ich nicht so auffall ich muss nämlich durch ein kleines Wohngebiet noch lasst ein so es ist ich habe es gefunden ich werde es trouve heftig wir fangen mit den schlimmeren teilen so hier kannst du nicht mehr viel gucken ich kann noch nicht so laut sein es ist genau dicht bewohnt wieder aber hier da geht es ein fenster auf das sieht schon richtig geil aus wieder an freunde ich bin schon richtig begeistert es geht hier noch so rum also so ich weiß nicht ob man es hört aber nebenan klater nach warum wir gehen jetzt erstmal rein kommt einfach mal mit ich werde bekloppt das ist nicht euer ernst ja es ist erstmal lebensmüde aber schon mehr so geil dass man hier einfach rein muss so stuhl steht auch schon bereit für mich wie praktisch vielen dank die sind aber wackelig aus entschuldigt mal bitte die kamera führung nicht euer ernst aber das ist auch nicht euer ernst das war die küche würde ich sagen ich bin gerade so ein bisschen geflasht weil ich gerade so ein kleines bisschen enttäuscht war hier die hausordnung weil ich gedacht habe ich weiß schon wieder gar nicht wo ich anfangen soll guckt euch das mal an die alten pfangen aber alter hier ist ja krass gut der ist ein bisschen moderner sieht aus wie ein gast jetzt aber das ding ist ja schon wieder mega hier und die steht sogar noch geschirr ich werde verrückt freunde ich werde verrückt also dieses dieses dieser dieser vergleich hier naja in ordnung kann man nicht so sagen aber hier steht noch geschirr die siebe kenne ich auch noch von früher haben wir hier werden wieder erinnerung wach und dann guckst du darin herzlich willkommen in der hölle hammer ja entschuldigt bitte wenn ich so oft hier immer hammer oder geil sagt aber so ein fund ist einfach mal ich werde geklappt ja geil gut die küche haben schon mal gefunden das objekt ist noch etwas größer die ganzen ddr artikel hier noch ne guck mal hier waren teegleser drin das kann ich auch noch hier mama ich weiß dass du mal zuguckst kennst du das noch hier war so ein tegel also so ein glas noch extra drin und damit ich verbrennst haben sie es um eine plastik umhüllung gemacht oder die trinkbächer die ddr trinkbächer kenne ich auch noch heftig freunde ja den mixer ja hier kommen wir wieder erinnerungen hoch der besen nee das ist natürlich quatsch mit dem besen habe ich nicht viel am hut gehabt ja geil ne guckt euch mal die atmosphäre an die spinnenweben die alten fenster und jetzt sind ja richtig freunde also ich weiß nicht keine ahnung warum aber boah ich krieg die gänsehaut das flasht mich immer sowas ne so alt verlassen ne und äh ja so wie es aussieht kein vandalismus weil das wird kein vandalismus sein das hat moderne natur gemacht da hinten hier stehen die teller noch so wie sie höchstwahrscheinlich mal verlassen wurden unfassbar freunde und das gute ist die reise ist noch lange nicht zu ende es geht weiter hier nochmal der imposante herd es ist ja so hat man früher gekocht das ist wahnsinn unglaublich schön ja da gehst du leider ein bisschen unter lieber gast hätte daneben also tut mir leid aber hier war dann die arbeitsfläche alter schwede und hier scheint ein breter gewesen zu sein Philipp wenn du jetzt mit gewesen wärst mach mal Fenster zu ne und ich dort hier noch einen schnupfen krieg guck mal und dort konnte man auskippen sowas gibt es heute noch ne natürlich nicht so rostig aber ich muss mal die Hand wechseln mit der Kamera und sogar noch ein Küchengerät die Kochplatte ist klar die sieht man öfter nochmal aber hier war das ein Fleischwolf ich glaube das war ein Fleischwolf ne der Dosen ne was ist das hier gewesen das kenn ich auch noch könnt ihr mir das nochmal bitte in die Kommentare schreiben was ist Mutti was ist das hier gewesen und ich muss mal Mutti sagen hat man damit irgendwas aufgemacht man konnte das so drehen und dann hat sich das zusammengespannt aber ich weiß gar nicht mehr für was das war das habe ich ja seit meiner Kindheit nicht mehr eracht das steht hinten drauf Universal Universal Bebalux was hat das gekostet 1,40 Mark krass zwei Stück davon da schön dass das hier noch so liegen bleibt die Schneewesen wurden schon lange nicht mehr benutzt der Quill kenn ich auch noch so ich zeige euch das mal ein bisschen einzeln so jetzt bellt ein Hund wieder nebenan ja mega guck mal die Optik hier boah völlig begeistert bin ich das ist mal ein Last Place so wo kommen wir denn hier hin ach du scheiße nach oben kann ich doch gar nicht gehen immer mit Lichtjäger für bessere Aufnahmen ja hier ähm Wäschelager so wie es aussieht ne Tischdecken ja sind alles Tischdecken boah also die Spinnen hier könnt ihr das sehen hier hier nichts Graffiti nichts zerstört mega war die Strohhalme vorher so dünn guck mal was ist dann noch erwartet da hinten alles ich hoffe wir kommen auch überall rein hier ist so aufgericht hier das war früher Kraftstrom das ist auch wieder das ist auch wieder ein richtig schönes Objekt nach oben geht definitiv nicht oder sage ich jetzt einfach so ne oh guck mal da hinten stehen auch noch alte Maschinen was sind das denn für Maschinen weiß ich nicht auf alle Fälle ist hier eine Tür ach so die ist auch ein Fenster auf aber dann vermute ich mal dass die hier überall rein kommen kann man hier noch schmieren die haben wir jetzt in letzter Zeit öfter ne DK 170 was hier nur Butter der ganze Kühlschrank nur voll mit Butter was war denn hier los nö riecht nicht guck mal das ist der Fall in Hausander da gehen wir natürlich nicht hin das scheint ein Bungalow gewesen also Schlafmöglichkeiten gewesen zu sein heftig hier hier kann ich ja komme ich ja wieder vor drei Stunden nicht raus weil ich hier wieder 587.000 Bilder machen muss oder möchte muss ja nicht ja gut ja soll ich mal hoch gehen oder ist das lebensmüde was meint ihr ach du scheiße das ganze Objekt . das ganze Objekt kann ich doch nicht hochgehen Freunde nee 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 wir gehen jetzt mal die anderen Objekte ab und das überlege ich mir noch was ist denn das für ein aggregat hier aber draußen ist rasen gemäht das wundert mich so ein bisschen draußen ist rasen gemäht so kommt man mit verabschiedet euch mal von dem tollen blick der küche das habe ich auch noch so noch nie gesehen jetzt gehen wir weiter so jetzt geht es weiter guck hier ist rasen gemäht können wir das sehen aber wir waren auch längst noch nicht überall hier waren wir doch nicht drin so hier ist auch das eingestürzte so wieder bescheuert hier würde ich auch gar nicht reingehen hier ist komplett eingestürzt mega das ding ist komplett eingestürzt das kann man vergessen aber das sieht noch schön intakt aus und da steht sogar ein fernster schon offen also sehr geil also das muss ja da hinten ist auch noch mal ein trakt was ist das hier neunziger ende der neunziger ja ich muss ruhig sein weil nebenan sind genau nachbarn ich würde sagen die verpiesen uns mal rein bevor mich hier noch einer sieht weil draußen film können wir dann immer noch ja lasst mich raten die tür ist zugeschlossen ich habe wieder zum glück ich habe euch schon was gesehen ja das bild kenne ich heftig so wir gucken jetzt mal ob die tür auf ist das wäre jetzt natürlich doof ich werde bescheuert freunde nein die tür ist auf und dahinter sind richtig geile sachen so fangen wir mal an ganz von vorne kenne ich gar nicht sagt mal was das war war auch kein bett und keine couch und nichts wo bin ich denn hierin gelatscht und die vorhänge so schön zugezogene die tapete hat man vorher so die decke tapiziert das kenne ich ja nun gar nicht also dass man so die decke tapiziert hat weiß ich nicht aber nun guck mal die tapete und die vorhänge haben zusammengepasst so jetzt lasst euch überraschen habe ich auch die kamera an aufnahme läuft stellt euch vor ihr geht hier durch und heftiger blick wie geil ist das denn na taschenlampe wirst du jetzt wohl nicht aufgeben ich habe ja noch batterien mit ne so ist ja nicht akku hin oder akku her irgendwann hast du keine 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 powerbank das ist ja wohl ja lasst es einfach auf euch wirken ach jetzt weiß ich was das war das waren oberteil vom doppelstockbett was da hinten zuerst stand guck mal die das ist doch der pure osten wie das auch hier noch so gemacht ist nicht die decke so fein säuberlich zusammengelegt hier die unterdecke vom bett das kopfkissen und kein vandalismus ihr lieben wie lange das schon leer steht hier die scheiben nicht kaputt gehauen zwar sind natürlich fenster offen oder so aber ich werde wahnsinnig kein graffiti kein vandalismus das ist natürlich das geile ich liebe es da hinten ist noch ein trakt jetzt kommt in stimmung jetzt kommt in stimmung so matratzen hatten sie ja genug war gut waren auch alles zimmer ja es waren alles so kleine zimmer wie sauber das hier aber auch ist aber hier wurde fähig wieso fähig wieso fähig man hier also wieso fähig man hier ist natürlich eine blöde frage aber guckt man hier auch wieder die decken ordentlich zusammengelegt man hat es so verlassen und es wurde nichts geändert weil hier macht sich natürlich einer die mühe hier für jedes zimmer extra die decken vernünftig zusammen zu legen zum fotografieren oder was da reicht doch ein zimmer hammer was sind wir wissen hier wir kommen hier nicht rein doch kommen wir rein nee es ist doch unglaublich oder was guckt euch das mal an jedes einzelne bett gemacht als wenn es mal weitergehen sollte 1990 also völlig geflasht wie auch aber die scheiben sind heilen der fenster sind natürlich vereinzelt auf aber guckt doch mal wie alt die betten sind schon total verrostet die matratzen unglaublich und hier auch wieder hoch wo bin ich denn reingetreten was noch decken gemacht also betten gemacht die decken vernünftig hingelegt kindergerechte tapete mit schnecken vögel er ist voll im rausch er sieht schon schnecken und vögel und schmetterlinge ich muss raus hier unfassbar was war hier das ist mein schreck hier denkst du liegt einer mag ich pure osten finde ich total geil und wer ist das hier als kennt ihr noch als aus von welchem planeten kam er schreibt mal rein wer das noch weiß wer das noch weiß weiß ich ja nicht mal hier auch wieder dieses dieses jahrzehntelang verlassen ich weiß nicht ob man zu kamera sehen kann diese spinnen wegen überall hier ist noch so ein spiel gewesen und das kenne ich auch noch so ein pferderennenspiel gewesen oder so ne von ddr zeiten strategie auf schienen nach so ein pferder dann hast du dich ja wieder schön blommiert an diese alten ost schränke ist das ddr kenne ich ja gar nicht diese bunten kleiderbügel zimmer 2 also ich sehe jedes zimmer das ist ja ich kann es immer wieder nur sagen guck mal schön dass man sowas liegen das ne das zeug davon dass hier nur leute waren die dieses hobby ernst nehmen gut nur gerade das nicht aber so ein wümpel na gut doch so wümpel ist schnell eingesteckt aber mega freue ich mich sehr drüber hier auch wieder die betten gemacht gardinen fein säuberlich zugezogen hier auch also der zustand ist ich bin ich bin beeindruckt vom zustand des gebäudes hier war der haupteingang höchstwahrscheinlich und hier noch ein paar spiele legepuzzle sehe ich gerade konstruktion 200 und die kamera überhaupt mit ich guck gar nicht auf die kamera hier war das spiele zimmer also hier wurden die spiele aufbewahrt nein ist nicht euer ernst ich werde bekloppt also erst mal was ist das kenne ich nicht tesla tesla gab es damals schon tesla also freunde die ddr war voraus wie heißt der nummer ich komme nicht auf seinen namen elon musk davon daher hast den namen ist es ist eigentlich ist eigentlich geschützt der name tonbandgerät magneto man kriegt hammer hier ist noch magnetomband also das ist ja ist sie noch muss ich meine kopflampe aufsetzen eigentlich damit ihr das besser sehen könnt das ist das noch ganz das gerät und das ist völlig verklebt ja das ist noch der stecker ist auch noch da ich werde verrückt das ist voll hallo ist hier jemand ich mache nur filmaufnahmen kommt ruhig raus und ich muss mir jetzt mal ich habe jetzt auch knallen hören kann natürlich auch der wind gewesen sein hier steht auch alles auf dem fenster und so muss mir jetzt mal für gewisse ist hier habe ich geguckt okay gut dann hat die tür geknallt habt ihr es gehört vielleicht verstärke ich das mal im ton wo waren wir denn nun gottes will ich habe wenn ich jetzt kann hier ich habe gänsehaut wahnsinn kann man nur verstehen wenn man dieses hobby betreibt und wir fangen wir fangen ich bin ein bisschen sprachlos ich werde gleich sehen wieso weshalb warum wahnsinn so wir machen hier weiter ohne knallen jetzt bitte so das war irgendwie so ein ja messgerät oder ladegerät da hinten ach so das tonband gerät ne auch vor allen dingen noch so ein magnetonband hier ne geil oh ein mischpult guck mal disco 2000 heftig oder unfassbar noch ein schöner ddr fernseher debüt tv unglaublich was hier noch alles steht die frö nein das war unsere kinderzeitung die frö sie was sind da top für name frö sie jetzt wenn man da so da noch mehr magnetonbände also respekt an alle die hier waren vor uns und das alles so hinterlassen haben also wirklich mega hier die schießscheiben kann ich auch mal schießscheiben das bedeutet doch dass hier auch irgendwo waffen waren noch original verpackt was ist denn das bauklötzer knete plastiliner schreibt mal bitte in die kommentare kennt ihr das noch knetmasse knete 81 fennig ddr natürlich original verpackt also er kommt aus dem staunen hier nicht mehr raus entschuldigt mal bitte wenn ich ab und zu mal leise bin aber ich muss ich genieße das einfach gerade so waren so und fast war ja die tür doch schon richtig zu aber nicht kommen kein vandalismus hier war alles abgeschlossen kann man jetzt sehen auf kamera wo ist er denn nun da hier haben sie aufgebrochen das für ich natürlich scheiße und ich kann es ehrlich sagen aber wenigstens waren ja wer weiß was vorher hier war ne so ja die räume gleichen sich alle da brauche ich euch nicht viel zeigen es ist geil mit es knackt schon wieder nun komm doch mal raus da du weil die hinten ist noch ein ganz langer gang da habe ich natürlich jetzt nicht guckt kommst du mit in mein video rein natürlich nur wenn du magst hier ist die gardinenstange schon runtergekommen oh hier riecht es aber auch sehr muffig aber auch wieder die decken gemacht aber ich erzähle euch überall das gleiche in jedem zimmer ja ich glaube betten habt jetzt genug gesehen es ist so heftig erfunden wie weit geht es denn noch hier aber der rasen ist gemäht krasse ja die ums objekt wird sich noch gekümmert wahrscheinlich überrascht mich gleich der hausmeister hier so hier ist ein bisschen hier ist auch fenster auf zugezogen als wenn sich hier eine die decke gerade schnappen wollte gut aber jetzt kommt wo ich gerade so ein bisschen gestaunt habe weil ja viele werden es jetzt wieder nicht verstehen aber ich komme halt aus der ddr und wenn man dann so eine räumlichkeiten findet noch mit den möbeln und der bestuhlung und so hier mit der tapete das ist für mich einfach nur wahnsinn wir machen die tür zu nicht dass die anfängt zu klappern und ich hier wieder einen film schieb ddr drehstühle in so eine ddr anbauwand oh da hinten die lagerleitung lagerleiter stellvertreter sogar noch mit namen mich würde mal interessieren ob die noch leben wollen wir mal einen aufruf starten oh hier jungpionier jungpionier fahren jungpionier fahren bekanntmachung bücher das hat man nicht vorher so gelesen zu ddr zeiten die sache mit fliegenschnepper mensch ich höre hier auch andauernde mit die trompetentante jäger verfall ist nicht im film natürlich ist die möglichkeit oder besteht die möglichkeit dass jetzt hier uns jemand noch das möchte ich auch gerne mal ne ich möchte mal gerne auch im urbexler noch einen anderen begegnen hier kann ich noch mit extra schließfach hier drauf ja aber ist nichts drin so papiere wenn wir mal nicht so dicht gehen so jetzt machen wir mal folgendes stellt euch mal vor jetzt wird einer raus von mir na was macht ihr was da drinnen ist die lagerleitung kann ich den Namen eigentlich abdecken ja moment mal ich kann ja ich kann euch ja was machen ich decke mal den Namen ab so das war natürlich dämlich nochmal ich decke mal den Namen ab dann zeige ich euch mal dass hier die lagerleitung ist so was meint ihr was hier drin ist ein bisschen enttäuschend ich habe gedacht jetzt noch hier schön hier okay aha wir sind in einem kinderferienlager moment mal ich mache mal die kamera auf mich damit ich nicht hier wieder so viel verpixeln muss es war ein kinderferienlager aber was ist das denn für ein Gerät hier ich drehe mal das Blatt um damit man das nicht erkennt und dann zeige ich euch mal dieses wundervolle technische Gerät und was ist das? achso Licht Mikrofon ach sagt nicht das ist so ein Verstärker gewesen oder so Hammer das ist ja krass das ist ja krass das finde ich schon wieder so geil ach hier geht's raus ja hier war dann so ein Versammlungsraum ich dachte die Stühle hier noch so ich habe aber noch ein Bild wo hier noch ein Tisch ist wo ist der denn geblieben? oder ich muss man ja mal gucken hier Gesetzesblatt der Deutschen Demokratischen Republik achso von 1989 ja fetzt schon wieder ach hier waren Büroräume aber hier so überall Fenster auf hier kommst du auch in jeden Raum rein wo ich gerade sagen also Eingang ist hier zu finden natürlich wäre die Tür zu ja die Büroräume oh kennt ihr den Kronleuchter noch? ich kenne den auch noch aus DDR-Zeiten oh hier ist gefährlich Büroräume sind alle komplett leer so verwinkelt hier ach hier komme ich in den anderen Trakt hier ist alles leer ah hier komme ich in den anderen Trakt noch irgendein DDR-Utensil aber dieses rote Kreuzding was ist das denn hier? Erste Hilfe Maßnahmenbuch hier mal bitte googeln und sagen was das ist VEB Anker also unglaublich hier das Heft kenne ich auch noch das war ein normales Schulheft 9. bis 12. Klasse genau steht da noch was drin? natürlich steht da noch was drin was steht denn da drin? ach du Scheiße hier steht nur ein Name drin was? Herpes? Zaster? Knieprallung? Infekt? ach hier wurden die ganzen nicht dein Ernst was die hatten Halsschmerzen, Husten Halsschmerzen, Husten defekt, defekt was denn defekt? und dann was gegeben wurde ist ja heftig und das Datum? also angefangen oder ist es das ne ja was 30.07. echt so das sind ja wieder Daten ne unfassbar so w.prinz und ein weiblicher Vorname aber ein üblicher Kontusion Knöchel Hämatome oh Gott diese Art Ärztenschrift kann ich gar nicht lesen ne also hier wurde alles festgehalten Sportverletzung Konfusion oder Kontusion wie heißt das? wer sich wie wann wo verletzt hat und was damit gemacht wurde es war ein anstrengender Durchgang aus medizinischer Sicht das Wetter war sehr schlecht und die Kinder hatten Heimweh ich wünsche einen also nochmal ich glaube hier hat der Arzt oder die Ärztin Schwester die Schwester hat hier die letzten Worte geschrieben in diesem Buch und zwar ich würde gerne mal das Jahr rauskriegen jedenfalls am 6.8. es war ein anstrengender Durchgang aus medizinischer Sicht es war ein anstrengender Durchgang aus medizinischer Sicht das Wetter war sehr schlecht und die Kinder hatten Heimweh ich wünsche meinen Nachfolger weniger als 570 Behandlungen und nicht ganz so anhängliche Kinder Schwester Eva das ist aber nicht nett geschrieben, oder? wenn die Kinder Heimweh haben haben die Kinder Heimweh also Schwester Eva falls Sie das Video jetzt hier sehen bitte Sie mal bei mir zu melden weil das hätte man jetzt könnt ihr mal sehen jetzt könnt ihr mal sehen wie das dann wie die das dann aufgibt genommen haben dazu ist man doch hier um zu helfen, oder nicht? hier Husten Zahnschmerzen Husten Verbrennung Husten Herbis Clara was? Rucksackverband was ist ein Rucksackverband? das waren die letzten Handlungen und Schwester Eva empfand es als sehr anstrengend naja, das ist nicht so nett ganz ehrlich, Schwester Eva Schwester Eva den Namen lassen wir auch drin da hast du es davon so ihr Lieben was ich bei Schwester Eva im Zimmer jetzt ich gehe nochmal durch und mache nochmal Fotos gar nicht gesehen habe weil ich so erbört über Schwester Schwester Evas Eintrag war diesen Medizinschrank hier deswegen filme ich das jetzt mal fix mit dem Handy voll noch mit DDR-Utensilien Mullbinden Gehlastpungen keine Ahnung was das ist ich mag das mal anfassen da ist noch eine Flasche die ist fest die ist total festgeklebt was ist denn das Nanopin ob man Mullbinden hier auch noch Kompressen 1,80 EVP also es ist unglaublich ja das wollte ich nochmal fix euch zeigen deswegen auch nur mal schnell mit dem Handy reingeschnitten die Sequenz hier kommen wir dann wieder Kameraeinstein oh ich sehe noch eine alte Bierflasche DDR-Flasche Tatsache guck mal Anno 1590 naja der ist nicht von 1590 aber das feine Dorf mag Bier ja weiß nicht gibt es das noch hier wieder DDR-Becher ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht von Schwester Eva gerade muss ich ganz ehrlich sagen war das denn mit Schwester Eva los gewesen wo wurde das Sirup los gewesen hier ist der Haupteingang hier kommt auch so langsam alles runter aber hier haben sie auch alles komplett leergeräumt hier liegt noch ein DDR-Artikel festgeklebt was Regulax zur Regulierung des Stuhlgangs Entschuldigt Regulax was ist das denn zur Regulierung könnte das leben des Stuhlgangs aber eine Mark nur heute bezahlt es 20 Mark so mal gucken wird aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt das war schon mal gut der Gehalt an Fruchtmus Feigen und Pflaumen ach das war ein Durchfallmittel Senesblättern und Senesfrüchten gewährleisten eine gute entschlackende Wirkung die Inhaltsstoffe der Senes was der Senesanteil ich weiß gar nicht was Senes ist wirken Dickdarm anregend und fördern die Darmtätigkeit wodurch eine sehr gute abführende Wirkung jetzt Abführmittel war das noch was drin hier vielleicht gebe ich Philippe diesmal eine Tablette ne ist leider alle aber Regulax ok der Name ergibt Sinn dann ne heftig hier ist noch eine Tür verschlossen ok wird sich gleich ergeben weil man hier das ist ja toll durchgucken dann gucke ich nicht mal von außen rein ok was zu es bleibt auch zu ja ich glaube hier haben die Erzieher geschlafen sieht so aus denke ich mal Büroräume jetzt hier aber da war ich doch noch nicht hier es geht auch hier noch weiter und da hinten auch noch oh Freunde das wird ein langer Film aber ihr liebt das ja ne die meisten jedenfalls so Schwester Eva ich würde Ihnen gerne ein bisschen Regulax verabreichen wollte ich gerade sagen mitnehmen wie kann man denn sowas schreiben also ich habe mich echt ein bisschen enttäuscht tut mir leid das nimmt mich so ein bisschen na was heißt nimmt mich mit aber fand ich nicht so cool den Satz wo war das die ist das Krankenschwesterzimmer gewesen auch sehr geil ne ja jetzt fehlt Philipp hier schade Fotos machen ach so hier kann ich auch raus gleich hier ist offen dann mache ich das auch gleich mal dann mache ich das auch gleich mal hier sind wir fertig hier gehen wir raus hier kommt er noch nicht raus guck mal hier ist zu kurz die Dusse oh jetzt guck mal hier kippt hier dürfte ich nicht sehen was ich hier mal so macht auch noch lauter Jäger das war bestimmt richtig klug gerade wenn es jetzt so was mich verwundert dass hier gemäht wurde waren wir da drin war da die Küche ja genau das ist ein gestürzte Haus ich muss mich jetzt mal kurz orientieren dann war da die Küche ein gestürzte Haus hier sind wir rein ja und hier war Schwester Eva merkt euch diesen Raum Schwester Eva ne Block 1-1 wie urig das hier ist ne oh da wohnen direkt welche da muss ich aufpassen ja wir haben noch drei drei Trakte vor uns insgesamt vier eins zwei drei äh vier weiter zählt der dann fünf was ist das hier hier sind bestimmt die Waschräume und so ein Scheiß das machen wir mal zum Schluss oder ist hier die Tür auf ne weil ich muss meinen ganzen Rucksack und so abnehmen wir filmen erstmal hier weiter wollen wir jetzt erstmal aufpassen weil dort welche wohnen das darf ich natürlich nicht filmen deswegen filme ich mich mal hin alle Türen zu auch da wird noch gebaut alles gut ach deswegen steht das Baufahrzeug auch da so kommen wir hier rein oder sollte das ein Trakt sein wo wir nicht mehr reinkommen so ich muss jetzt ein bisschen leiser sein das Türen cioég also die scheiden ja noch aktuell zu bauen haben die das pause ich weiß gar nicht wie später das war dort steht der kran die füße sind ausgefahren damit er da was bewegen kann gut wir versuchen wir versuchen mal hier rein zu kommen aber hier ist alles zu das wundert mich ja ich glaube da sind die waschräume ich kenne das ja schon von bildern her gut weil hier waren wir aber irgendwo wird es doch hier sicherlich auch im eingang geben da bin ich mir ziemlich sicher das natürlich perfekt weit und breit nichts und das natürlich nicht so perfekt dass hier nichts auf ist aber hier sind auch wir hier sind riesen zimmer ich muss ich rein hier muss ich eigentlich durch so ein fenster auf dem stehen oder was das gibt es doch nicht die abgelegensten blöcke ja dazu muss ich ein bisschen kleineren freunde das heißt oder schaffe ich das mit kamera jetzt schaffe ich nicht mit kamera ich habe gedacht da liegt noch einer wegen dem rosan kissen ich melde mich gleich wieder also ok so das fenster geht gar nicht mehr richtig zu mir wird schon so viele jahre offen also also ich brauche meine taschenlampe wie immer das gleiche bild ich habe mich nun mal kurz gemeldet bei einer kontaktperson dass es mir gut geht muss man ja regelmäßig machen und den standort geschickt sagen es geht weiter hier riecht aber vermodert freunde hier riecht richtig vermodert ja die zimmer sind alle gleich da brauche ich euch nicht viel viel zeigen höchstens mal was anderes aber wie auch viel krass ne alles fein ordentlich sogar die stühle als wenn die noch mal zum schluss durch gewischt wurde mega die decken guckt wie fein säuberlich die zusammengelegt sind nichts durchwühlt hier bin absolut begeistert hier muss jemand noch darauf aufpassen anders kann ich mir das nicht erklären das kann aber der hätte doch die fenster und alles zugemacht oder die so notausgang hier war richtig bambule 1 2 3 4 5 6 7 8 19 mann konnten hier schlafen oha oha ja also dieser das place wird uns leider nicht mehr lange erhalten bleiben aber ich war hier und ich freue mich darüber so krass die stühle hochgestellten also wie gesagt guck mal wie lange die hier schon stehen das welt sich schon alles das holz die punkte kenne ich auch noch auf den stühlen was hatten die für eine bedeutung waren die auf jedem stuhl das sagt mir auch noch irgendwas aber das ist auch ein bild hier ist auch noch mehr bett zimmer 246 freunde hier ist schimmel hier kann ich wie lange dem ort es tut mir leid aber das ist krass grad unerträglich ja das waren mehr bett zimmer oder hatten wir mal ich weiß gar nicht mehr auch vier betten überall drin oder sechs betten hier ist richtig feucht aber ich frage mich auch gerade will die haben ja keine heizung hier ich habe noch kein 1 keinen einzigen heizkörper gesehen diese art lager die leiter die kissen wie man die früher zusammengebunden hat nicht reingekommen oha oha hier war eine art ja schränkt noch frisch kommen an die also frisch verpackt sich aber original verpackt schränke nie zusammengebaut wie war das ersatzteil lager für schränke alter hier das ding wird nicht mehr lange stehen und ich kann euch nur sagen inhalte schlagbeutel also wie bei ikea aber von wegen ikea hat es erfunden ich bin echt fasziniert dass hier alles so ordentlich liegt ja aber die zimmer brauche ich euch nicht andauernd zeigen ach so das ist ähnlich wie der andere bungalow hier ist bald vorbei hier dauert es nicht mehr lange dann stürzt das dach ein wie im anderen gebäude es wird immer heftiger es wird immer heftiger ok schnell durchgang wie kommt die decke schon runter und hier regnet es auch durch aber alles fein ordentlich könnt ihr das riechen das ist so toll hier hier ist schimmelt hier ist ein geruch drin aber ja ich kann es nur wiederholen bin erstaunt über die ordnung hier und das zerfällt alles so also die der zahn der zeit holt sich das alleine das ist ja das das heftige hier wird nicht randaliert hier wird nicht gesprüht hier wird nichts kaputt gemacht gut vereinzelt waren ein paar türen aufgebrochen notausgang war auch schon lange nicht mehr auf hier können wir raus das ist auch zu schimmelig hier hier können wir raus von eigentlich woanders raus und einfacher ist für mich mich hochklettern muss ich guck mal hier ist doch mit tisch das fährt das ja auch auf das ist doch doof zugeschraubt also hat sich doch mal jemand umgekümmert aber kann doch jetzt nicht mehr wie die an der giebelseite die fenster sind zugeschraubt das ist doch quatsch oder weil hier steht der ding schon wieder offen könnt ihr jetzt sehen jetzt weiß ich hier auch noch fast den stuhl hier mit meiner jacke hier da runter ach die sind zugeschraubt die fenster das ist natürlich auch eine clever lösung ja freunde dann muss ich wieder da raus wo ich reingekommen bin wissen wir mal so können wir nicht ändern auf geht's mach ich das mal mit kamera hier kommt einfach mal mit dazu muss ich natürlich meine taschenlampe einstecken der opa ist so steif hier zum hauptsache ich bleibe jetzt nicht hängen mit dem rucksack das wäre natürlich fatal hier ist auch geübt in der sache angeber mag hier keiner hinten welten hund schnell in die büschel rein ok ich habe auch nicht mehr viel akku aber ich bin ja vorbereitet ich habe ja alles mit so das muss der waschraum gewesen sein kenne ich von bildern her da gehen wir mal rein und ja hier ich weiß nicht warum wir hier nicht reinkommen vielleicht soll es einfach nicht sein wir können ja mal durch die ich muss ein bisschen leise reden aber guck mal ne ist top gepflegt das ding hier ne also vom rasen her ja hier ist auch wieder nur das gleiche was ist nur natürlich mega ne also zimmer jetzt habe ich was gehört ach so hier ist ja das mikro ich habe was gehört nur noch den waschraum bitte drohne wieder kein weiter für die drohne kann natürlich auch von da kommen wir wagen es einfach mal okay so rucksack ab und durchs loch durch das kann ja was werden wenn da schon eine steht dann seht ihr das schon ich noch nicht ach ja dieses bild kenne ich auch mega der alte mann hier so die schüsseln das ist ja hammer wo ist meine taschenlampe ich kann ja auch lichter machen ne idiot ach so geht nicht verstehe ich gar nicht warum auch wieder ein schimmel so also entschuldigt bitte aber hier ist ein schimmel ich muss mich mal kurz sammeln so kenne ich gar nicht also ich kenne das nur von der also jetzt das soll jetzt nicht beleidigend wirken von der schweinemastanlage wo die schweine so draus gefressen haben aber das jetzt hier als waschbecken so zu nutzen gut gibt natürlich sinn ne was heißt er gibt sinn aber natürlich eine gute lösung das ist der waschraum gewesen freunde heftig ne muss ich mal wirken lassen da sind ja noch ddr schüsseln da übrigens das ist doch noch ddr fabrikat ne ne hier diese matten kennen die auch noch boah was ist denn das hier das ist doch noch richtig schön ddr fabrikat ne macht doch noch mehr lärm evp ratet mal was die gekostet haben liebe spinne was willst du denn hier so eine plastikschüssel hat 6 mark gekostet 6 ostmark gibt es heute auch von topper ne achso darf ich ja überhaupt sagen achso guck mal wie lange das hier schon liegt ne wieder lecker wollen wir es auch mal so stehen lassen stand genau hier ja krass ne dass sich das hier keiner irgendwie ja da wird sommer noch damit aber das finde ich das geile und hier sagt mich das fand ich das mal an dass die tür gar nicht mehr auf doch das fand ich zwei stück für ganze pferden lager das bisschen wenig ne ne hier hängt noch ein anbuch boah das ist ja ist das hier die piste renne ist das euer ernst das hier die pinkel renne so liebe community ich glaube toilettenpapier werden wir hier nicht finden nein ich werde verrückt ich sag gar kein toilettenpapier finden guckt euch an guckt euch an wenn wenig aber trotzdem das finde ich echt mega mega es darf auch keinem los drehs fehlen ne die ist auch noch ist aber nett aber ich möchte hier ungern auf die leide gehen das bild ist geil ne so freunde das waren die waschräume auch mal wie lange die tür hier so schon steht also unberührt wisst ihr die steht ja auf wenn hier eine lang geht dann muss man aber könnt ihr das sehen die spinnenweben ich meine halt ein bisschen aus die waren aber straff also ist hier wie lange ist denn hier keine lang gegangen ist dieser ort so unbekannt gut ich versuche jetzt rauszukommen ins andere objekt werden wir nicht mehr reinkommen da sind ja auch wie gesagt das heißt wo zimmer wo findet er denn hin ich hänge hier fest an dem nabel jetzt seht ihr mal durch was wir uns alles immer durchzwingen das ist mal eine geile location wir machen noch mal einen kleinen rundumblick und dann würde ich sagen es sei denn ich finde noch was die küche war geil da muss ich noch mal in fotos machen so 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 ihr lieben völlig geflasht haare zerzaust natürlich immer wird ja auch oft gemängelt in die kommentaren so ja wahnsinn mega objekt ich danke für diesen tipp den habe ich nicht allein gefunden ja ich hoffe euch hat der film gefallen alle infos findet ihr immer unter der video beschreibung wie uns erreicht und so weiter zweitkanal oder hauptkanal aber das ding wird auch sicherlich auf den hauptkanal kommen alle informationen dort dort könnt ihr auch uns anschreiben wenn ihr keine informationen bekommen habt was ihr wissen wollt deswegen mal in die video beschreibung gucken dort alles dort erfahrt ihr alles und er ist noch völlig geflasht merkt ihr das ich bin ich bin richtig geflasht das ist geil das war mal wieder so ein richtig geiler fund was wollte ich jetzt sagen achso abonnieren nicht vergessen 20 prozent haben unseren kanal nur abonniert der leute die hier zugucken ich sollte mal meinen rucksack da wegnehmen der steht da mitten im sichtfett ne 80 prozent nicht und wäre schön wenn ihr uns so guckt ihr würdet uns damit sehr unterstützen euch bringt es keine nachteile eher vorteile nur ihr wisst wann wir was hochladen braucht uns nicht immer suchen deswegen freunde hiermit verabschiede ich mich von diesem geilen platz ich sag nochmal ich hoffe euch hat es gefallen dieser kleine kurze film macht's gut bis zum nächsten mal ciao euer jäger Ч 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.